Beim Schlagerboom war die Stimmung zwischen Beatrice Egli und Florian Silbereisen wieder heiß, als diese ihr Duett zum Besten gaben. Unsere TV-Kolumne Werfen wir einen kurzen Blick auf diese Welt. Auf den deutschen Straßen kleben Menschen, die überzeugt sind, dass die Erde unmittelbar vorm Untergang steht. In der Ukraine sterben Soldaten und Zivilisten, weil sie ihre Heimat eben nicht dem Kriegsherrn Putin überlassen wollen. In Israel wird gemordet und vergewaltigt. Auch die Rache dafür wird vielen Unschuldigen das Leben kosten. Die Welt, das Leben, die Zukunft, alles sieht düster aus. Und dann kommt die ARD, mitten hinein in diese erlebte Finsternis von Ost nach West, von Nord nach Süd verkündet sie. Alles funkelt, alles strahlt. Niemand wird der Zuschauer lernen, wirklich niemand ist so entschlossen, das Leben zu feiern wie, die Schlagerfreunde und Schlagerfreundinnen. Und so ist er ja auch angelegt, der Schlager. Es geht um, so die Definition, einfachste musikalische Strukturen und triviale Texte, die an das Harmonie- und Glücksverlangen des Zuhörers appellieren. Beim Schlagerboom 2023 verriet Beatrice Egli, dass sie einen wilden Traum mit Florian Silbereisen hatte. Mehr dazu im Video oben. Florian Silbereisen hat 100.000 Glücksgefühle. Von der Theorie zur Praxis. Der Anfang des Schlagerboom 2023 ist hochdramatisch. Schwere Schritte im Dunkeln. Und dann tritt sie auf, die Lichtgestalt, Florian Silbereisen, 42. Und sie verkündet, es beginne die größte TV-Live-Schlagershow Europas. Und damit auch jeder versteht, worum es in dieser Nacht gehen soll, lässt er seinen Worten gleich noch den Song folgen. Eins kann mir keiner, eins kann mir keiner nehmen, und das ist die pure Lust am Leben. 728 Tage, so zählt es Moderator Florian Silbereisen vor, haben die Schlagerfans auf dieses Fernsehereignis aus der Dortmunder Westfalenhalle warten müssen. Wir funkeln zusammen, wir glitzern zusammen. So ruft es Silbereisen noch einmal in Erinnerung. Wir starten die größte TV-Live-Show Europas. In meinen Adern blühen 100.000 Glücksgefühle. Alles funkelt. Alles glitzert. Singt Silbereisen in einem Duo, das mir sehr am Herzen liegt, zusammen mit Thomas Anders, 60. Den Start aber macht. DJ Ötzi, 52. Kurz vor 10 folgt Roland Kaiser. Der Riese unter den Zwergen, seit mehr als 40 Jahren ist der 71-Jährige der Star der Szene, bringt das perfekte Motto für den Abend mit. Es ist alles okay, was im Leben passiert. Und im Grunde egal. Beatrice Egli und Silbereisen in emotionalem Duett Die Schweizerin Beatrice Egli, 35, spricht über ihre heimlichen Träume. Wie die gehen, wenn's eng wird im Leben, dann kommt Florian Silbereisen mit dem Helikopter, um sie zu retten. Wenn das mal keine Liebeserklärung aus dem Unterbewussten ist. Tatsächlich steigt die 35-Jährige gleich danach mit dem Moderator in die Kiste. Schließlich hat man für ein Duett zwei gelbe Telefonzellen auf die Bühne gestellt. In die Werker bellten Sprechmuscheln singen sich die Schweizerin und Silbereisen Liebesschwüre zu. Zunächst aus zwei Kabinen. Bis sie in eine gemeinsame gelbe Kiste steigen und sich in einer einzigen Telefonzelle sehr nahe kommen. Das wissen nur wir, was zwischen uns heute Nacht passiert. Anastasia überrascht den Moderator. Schlager Schlag auf Schlag. Howard Carpendale, 77, stellt die Frage. Warum tanzt du so allein? Die Kärntnerin Melissa Naschenweng, 33, steht auf Bergbauernboam. Irgendwann kurz nach elf überrascht Anastasia, 55, mit einem Medley. Forever Young singen die Dortmunder Westfalenhalle und das in die Jahre gekommene ARD-Publikum natürlich gerne mit. Und dann bringt der US-Star dem Moderator Florian Silbereisen auch noch ein Käppchen mit dem Aufdruck Schnuckiputz mit. Es geht auf Mitternacht zu, als dieser lange Abend sein Ende findet. Das tut sich keiner freiwillig an, singt irgendwann Maite Kelly, 43, ihren neuen Hit. Ach was, das Leben ist schön. Trotz all der Schlager, wenn die Welt hinreichend düster ist, kann sogar Florian Silbereisen im Dunkeln leuchten.